Hast du dir immer schon mal gewünscht, im Cockpit deines Flugzeugs zu sitzen? Einmal einen Tierpfleger bei der Fütterung im Salzburger Zoo zu begleiten? Einmal als Lokführer mit der Museumsbahn im Freilichtmuseum zu fahren? Einmal einen Tag am Bauernhof zu verbringen? Oder einmal im Feuerwehrauto mit Blaulicht und Sirene mitzufahren? Dann melde dich bei uns, warum wir ausgerechnet dir diesen Wunsch erfüllen sollen. Bewerben kannst du dich per Mail oder per Post mit einem Brief, einer Zeichnung oder einer Videobotschaft an kindertraum.at oder an Landesmedienzentrum Eberhard-Fucker-Straße 5, 5010 Salzburg All diese Kinderträume und viele mehr findest du unter www.salzburg.gv.at Slash Kindertraum